Was bleibt von uns und unserem Glück, von dir und mir? Was bleibt zurück? Die schöne Zeit, die uns gehört, war nicht vergeben. Ein Liter Milch kostet 360 Milliarden Reismark, ein Kilo Kartoffeln 90 Milliarden Reismark und eine Straßenbahnfahrt 50 Milliarden Reismark. Lass mich nie allein, Rudolf. Ich lasse dich nie allein, Isabelle. Ah, immer diese Unterbrechungen. Wann gehen wir endlich ins Freudenhaus? Na, Kleiner, willst du auch mit trinken? Verdammt, jetzt ist es in die Hose gegangen. So, ich auch. Willkommen zum Sonntagsgottesdienst. Sanitäter! Ich muss zur Nachtvisite, zu den Geschlossenen. Wollen Sie mitkommen? Ja. Da gehen wir als Leser aber nicht mit. Sondern das, was Brutmann dort erfährt, erfährt nur er alleine. Ach, eine Kleinigkeit noch. Eigentlich bin ich ja nicht mehr. Und das schon seit fast 50 Jahren nicht mehr. Aber ich möchte mir doch erlauben, Ihnen ein paar Gedanken mit auf den Weg zu geben. Für alle Zeit Bis zum nächsten Mal.